Bam! Ha! Erster! First Strike! Okay, in einer Reihe stehen ist schon mal Kacke bei Endingern. Alter, der macht halbes... Das wird der Untergang sein. Na ja. Versuch nur so viel du willst. Das war's für dich. Loll! Ja, ich hatte die übelsten Ruckler dran gehabt, warum auch immer. Aber wo kühlt das denn jetzt? Respekt. Zack! Zack! Oh ja, take that bitch! Ne? Doch! I'm firing my laser. Oh ne, komm, Alter! Oh fuck, vercheckt. So, zack! Oh ne, Alter! Wie viel hat der denn von den Dingern? Okay. What the fuck? Jetzt reicht's hier aber, Freunde! Jetzt reicht's! Mach sie fertig! Oh! Oh! Da hab ich meinen Controller aussehen auf den Tisch gelegt. Sollte ich nicht machen. Du gehst mir ganz schön auf den Sack, Kollege. Alter! Nee! Du wirst nicht so heiß, Neu-Kind! Ich brauch so nen Burrito. Erstmal was essen. Ja? Gleich bin ich wieder da. So. Erstmal die Stühle da weg. Knüppeln. Ne, lass das mal sein. Oh mein Gott, der Burrito hat dich gefreut. Sei da, Ebel! Wenn du aus dem Skye kommst, dann kommst du! Oh mein Gott! Äh... Ja, der Burrito... Rise and shine, mein Freund. So, ein bisschen zurückziehen. Das Macaroni-Bild. Sehr schön. Mwaaaaaah! So! Tadaa! Wunderschön! Ach komm, ey, was willst du eigentlich immer? Mach dir so viel Schaden, ihr Drecksäcke! Für den Liebe von Chaos! Eine kleine Vorbereitung für Chaos! Mach es aus! Du hast es! So. Einer nach dem anderen. Alter, warum fängt das denn immer dabei an zu ruckeln? Das kann doch nicht sein. Und vor allen Dingen, seit wann? Äh... Verstehen tut man es nicht. Mein wenigstens ist es beim Cartman nicht so, aber es ist schon nervig. Du bist ganz schön nahe gekommen, du Drecksack! Ich bin wirklich sicher, wenn du wißt, aber hell half no fury, wie Rat of Kite! Piu-piu! Das macht doch schon mehr, Sean, oder? Lass dich ihm mal angucken. Alter, Vater. Das haben wir gewonnen. Ich finde nicht voll geil, dass sie mitspielen. Alles gut, alles gut. Karten, du bist gerecht. Piu, piu. Du hast gewonnen. Sieg. Schmerzbringer von Gaia. Bin gespannt, wie der Kampf gegen Professor Chaos wird. Aua. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, hoch. Irgendwie spackt das Spiel gerade ab. Oder hat Steam irgendwie ein Update oder so? Naja. Ich verstehe es echt nicht gerade. Guck mal, kann die Vase. Ich starte das Spiel mal nochmal neu. Okay. Äh. Okay. Jetzt einmal kurz neu starten. Kann es jetzt wohl nicht sein. Hallo? Tja, liebe Freunde, oder auch nicht. Ich habe es leider nicht mehr hingekriegt, äh, zu streamen. Ähm, ich habe leider, äh, versucht, bis zum Gate nicht mehr, dass mein Internet wieder funktioniert hat. Irgendwie hatten alle in diesem Haus Internet, nur ich wieder nicht. War ja wieder klar, dass ich dieses Glück habe. Äh, ist leider nichts mehr geworden. Aber egal, ich finde, denke, 2018 werden wir auf jeden Fall genug Zeit haben, dieses wunderbare Spiel zu beenden. Wir haben heute den 30.12. Ihr werdet das höchstwahrscheinlich nicht mehr vorzeitig sehen, weil das die letzte Folge dann hier sein wird aus dem Stream. Und das ist, wer weiß wann. Keine Ahnung, muss ich gleich erstmal noch schneiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall, äh, viel Erfolg im Jahr 2018. Einen guten Rutsch. Feiert schön mit euren Freunden, Familie oder sonst irgendwen, mit dem ihr gerade Bock habt. Freundin, kann auch sein. Wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Viel Erfolg fürs Jahr 2018. Und viel Spaß weiterhin bei unseren Videos, ja. Ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.